Mein Gast im Dialog ist der Theologe Prof. Wolfgang Huber. Er war Bischof und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschland. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Herr Huber, wir leben in religiös sehr aufgeladenen Zeiten. Religion spielt wieder eine große Rolle. Man hat aber den Eindruck, dass das an den christlichen Kirchen vorbeigeht. Sie verlieren stark Mitglieder. Woran liegt das? Man muss, wenn man dieses Thema angemessen behandeln will, ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen Regionen. Die Veränderungen religiöser Art, die wir auch in Deutschland erleben, hängen ja zusammen mit globalen Entwicklungen. Und da haben wir auf der einen Seite das Phänomen, dass Religion an Bedeutung gewinnt. Ohne Zweifel ein Megathema des 21. Jahrhunderts. Und das wirkt sich nicht nur im Islam aus, sondern auch die christlichen Kirchen wachsen global betrachtet. Zum Teil in anderen Gestaltungsformen als in Deutschland, aber sie wachsen. Aber in der Mitte Europas haben wir einen Prozess starker Entkirchlichung hinter uns. Das hat gerade für Deutschland historisch klare Gründe. Das hängt nicht nur mit Modernisierungsentwicklungen zusammen, sondern mit der Geschichte zweier Diktaturen auf deutschem Boden, mit einem Wohlstandszuwachs im Westen Deutschlands, der sich mit großer Säkularisierung verbunden hat. Und das Resultat ist, dass... Der Wohlstand ist ein Feind der Religion oder der religiösen Überzeugung. Der Wohlstand ist ein Freund der Gleichgültigkeit. Und deswegen entsteht eine Gleichgültigkeit, die sich auch auf die Religion auswirkt. Das ist der Zusammenhang. Das ist kein Argument gegen den Wohlstand, sondern nur ein Argument gegen die Gleichgültigkeit, gegen einen gelebten Materialismus. Und das haben wir im Westen Deutschlands ziemlich intensiv erlebt. Das Resultat ist nicht eine säkulare Gesellschaft, wie viele Leute sagen, sondern das Resultat ist eine religiös und weltanschaulich plurale Gesellschaft, zu der nach wie vor starke Kirchen gehören, andere Religionen, eine starke säkulare Option, ein relativ starker Gewohnheits-Atheismus, insbesondere im Osten Deutschlands. Und man muss diese vielfältige Gestaltung des religiösen Lebens gerade in Deutschland anschauen. Man sollte es nicht mit zu viel Jammer tun. Ein Freund von mir pflegte zu sagen, ja, ohne Zweifel, wir leben hier in Deutschland in einer religiös gemäßigten Zone. Aber wenn ich religiös aufgeheizte Zonen in dieser Welt anschaue, dann bin ich damit eigentlich gar nicht so unglücklich. Wir haben ein Bündnis zwischen Religion und Aufklärung in Deutschland vollzogen. Und wir müssen die Folgen dieses Bündnisses gut gestalten. Das heißt, es ist gewissermaßen ein Preis. Nun hat die katholische Kirche in den vergangenen Jahren eine Leidensstrecke hinter sich. Es gab einen Bischof, der durch Prunksucht aufgefallen ist. Es gab vor allen Dingen die schrecklichen Missbrauchsfälle. Da ist die katholische Kirche, da sind der katholischen Kirche viele Mitglieder abhandengekommen, die ausgetreten sind. Ist da die evangelische Kirche sozusagen in Mithaftung genommen worden? Gibt es da so eine Ökumene in der Frage? Sie haben ganz zu Recht von einer Leidensgeschichte gesprochen. Und da gilt immer, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Das ist eine biblische Wahrheit, die auch für das Miteinander der Kirchen gilt. Ja, Leute treten aus der evangelischen Kirche aus, weil der Papst, der frühere natürlich etwas Falsches gesagt hat. Leute treten aus der katholischen Kirche aus, weil sie sich über eine evangelische Bischöfin ärgern. All sowas gibt es. Es gibt immer diese Mithaftung. Aber man soll dann auch sagen, wo an einer Stelle in einer Kirche Mut gezeigt wird, dann wollen wir das auch miteinander als Christen respektieren. Und zur Geschichte der Missbrauchsfälle gehört in der katholischen Kirche auch die Klarheit, mit der ein Schulleiter und Jesuitenpater, nämlich Klaus Mertens, den Mut hatte, von sich aus dieses Thema auch anzugehen, aufzuklären, sich dafür einzusetzen, dass den Betroffenen Hilfe zuteil geworden ist. Das gehört dann auch zu dem, was man miteinander wahrnehmen muss. Das waren schmerzliche Vorgänge, aber ich glaube, die Distanz zur Kirche liegt tiefer. Und es gibt ja auf solche Vorgänge immer zwei Reaktionsweisen. Entweder man distanziert sich, tritt gar aus, oder man sagt, es ist meine Kirche und wir müssen das Miteinander überwinden. Und diese Distanz zur Kirche, die hat natürlich auch damit zu tun, dass Mitgliedschaften sich heute nicht mehr so selbstverständlich verstehen wie früher, dass die Gesellschaft pluraler geworden ist, die Kirchen keinen Monopolanspruch mehr für Sinnfragen und die Frage nach dem Heilhaben, sondern mit anderen Anbietern konkurrieren. Aber die Kirchen haben sich aus einer volkskirchlichen Tradition heraus an diese veränderte Situation noch gar nicht gewöhnt. Ich habe mich als Bischof wirklich Jahre, Jahrzehnte darum bemüht, ein missionarisches Bewusstsein in unserer Kirche zu wecken und zu fördern. Das heißt, eine Entwicklung von der Volkskirche hin zu missionierenden Kirchen. Man könnte auch sagen, ja, von der Volkskirche, die davon ausgeht, dass das Volk selbstverständlich zur Kirche gehört, hin zu einer Kirche für das Volk, die die Lebenssituation auch derjenigen wirklich ernst nimmt, denen die Kirche und der christliche Glaube und das Evangelium fremd geworden sind. Das sehe ich als die Aufgabe der Kirche in unserer Zeit an. Und die Umstellung ist ungeheuer schwierig. Sie braucht Zeit, sie versteht sich nicht von selbst. Das kann man sich übrigens auch daran nochmal klar machen, dass auch die Kirchen in der DDR, die nun wirklich die Mehrheitsposition verloren haben, durch den Zwang der SED und die kirchenfeindliche Praxis der DDR-Regierung, dass sogar diese Kirchen im Kleinen volkskirchliche Strukturen und Verhaltensweisen bewahrt haben. Das heißt, die müssten sich jetzt umstellen, die müssten umschalten hin zu einer wieder werbenden, einer missionierenden Kirche. Ja, und das ist wieder auf der anderen Seite schwer, weil sie sich ja daran gewöhnt hatten, eine Minderheit zu sein. Und wenn man ihnen jetzt sagt, aber die Menschen, die außerhalb der Kirche sind, an die ist das Evangelium genauso adressiert. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie ein biblischer Satz heißt. Und das ist vollkommen ungewohnt angesichts dieser Erfahrung, obwohl sie jetzt mehr als 25 Jahre zurückblickt. Auch im Verhältnis zwischen Staat und Kirche noch mal etwas nachjustieren. In der Wahrnehmung vieler Menschen ist ja die Kirche fast ein Teil des Staates, hängt auch mit dem Kirchensteuersystem zusammen. Der Staat sammelt für die Kirchen das Geld ein, eine Steuer ein und gibt sie dann den Kirchen. Was ja so den Eindruck vermittelt, das ist sozusagen ein Teil des Staates, diese Kirche. Und Schafte ist das auch ein Ballast. Also zunächst mal muss man dankbar sagen, wir haben in Deutschland ein Verhältnis wechselseitiger Unabhängigkeit von Staat und Kirche. Das bewährt sich übrigens auch darin, dass die Regeln, die in diesem Staat gelten, ohne große Mühe auch angewandt werden können auf neue Religionen. Ja, wir brauchen für die Integration des Islam in Deutschland kein grundstürzend neues Religionsverfassungsrecht, sondern wir können die Grundregeln unserer Verfassung, die auf das Jahr 1919 zurückgehen, anwenden. Dort kommt nämlich das Wort Kirche überhaupt nur an einer Stelle vor, und das in dem Satz, es besteht keine Staatskirche. Also seit dem Jahre 1919 steht unzweifelhaft fest, in Deutschland gibt es kein Staatskirchentum. Dass es das vorher gegeben hat, hing mit den besonderen Umständen der Reformation zusammen. Und deswegen ist es ganz gut, sich im 500. Jubiläumsjahr der Reformation daran zu erinnern, dass die Reformatoren keine neue Kirche gründen wollten. Sie wollten die Kirche, die existierte, reformieren. Das misslang, weil die katholische Kirche sich dagegen gewehrt hat. Die reformatorische Botschaft erreichte aber trotzdem die Menschen. Und dann haben einige Landesfürsten in Deutschland sich dazu entschlossen, diese neu gebildete Kirche unter ihren Schutz zu nehmen. Auch aus Eigeninteresse, weil sie nämlich die religiöse Homogenität, die religiöse Einheitlichkeit ihres Landes sichern wollten. Dadurch bekamen wir ein Staatskirchentum, das bis 1919 gedauert hat. Wirkt das denn heute noch nach? Und das wirkt im Bewusstsein noch nach. Es wirkt auch in manchen kirchlichen Verhaltensweisen, vor allem bürokratischer Art, noch nach. Es wirkt nicht darin nach, dass der Staat ungebührlich in die Kirche hinein regieren würde oder die Kirche sich abhängig machen würde vom Staat oder irgendetwas dergleichen. Die Kirche kann in voller Freiheit agieren. Und zu diesem Agieren gehört, dass die Kirche ihre Mitglieder auch dazu motiviert, Verantwortung für Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Zu dieser Situation gehört auch, dass Gott sei Dank schon vor 1919 die bis dahin geltende Staatsfinanzierung der Kirche abgelöst wurde durch ein kircheneigenes Finanzierungssystem, nämlich die Kirchensteuer, für die der Staat zwar Verwaltungshilfe leistet, die er sich aber bezahlen lässt. Und nun verquickt sich diese besondere deutsche Form der Finanzierung mit der Erinnerung an das Staatskirchentum. Und man behauptet, darin läge eine Fortsetzung dieses Staatskirchentums. Das ist aber verständlich, dass man das so denkt, aber dadurch wird es nicht faktisch richtig. Trotzdem ist die Kirche ein bedeutender gesellschaftlicher Faktor. Das drückt sich ja auch unter anderem darin aus, dass viele Staatsämter von Menschen wahrgenommen wurden in der alten Bundesrepublik und auch heute noch werden, die eine sehr, sehr enge Bindung haben, gerade auch zur evangelischen Kirche. Wenn man denkt, also nicht nur, dass ein Pfarrer Bundespräsident ist, sie selbst sind, ich glaube, dreimal gefragt worden, ob sie sich das für sich vorstellen können. Jeder wusste, sie waren Bischof, sie waren Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche. Das spielte vermutlich auch eine Rolle und ist für viele ja ein Hinweis auf diese enge Verzahnung zwischen Staat und Kirche nach wie vor. Es liegt mir jetzt nahe, zunächst einmal zu sagen, die radikalste Trennung zwischen Staat und Kirche, die wir in Europa haben, herrscht in Frankreich. Zwei der konservativen Kandidaten für das Präsidentenamt werben ganz aktiv mit ihrer katholischen Überzeugung und ihrer Zugehörigkeit zur katholischen Kirche. Das heißt, sie wollen, dass die Wählerinnen und Wähler auch wissen, dass sie da verankert sind, dass sie dort ihr Wertegerüst herbeziehen und dass sie für diese Werte, die ihnen wichtig sind, auch eintreten wollen. Das ist doch interessant. Das zeigt die Tatsache, dass Christen sich politisch engagieren und bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen. Hat nichts zu tun mit einer vermeintlich engen institutionellen Bindung zwischen Staat und Kirche, sondern hat mit der Selbstverständlichkeit zu tun, dass es zum christlichen Glauben gehört, öffentlich Verantwortung zu übernehmen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, sich an der politischen Gestaltung des Gemeinwesens zu beteiligen. Es gibt die Sondersituation, dass es gerade auch angesichts der Entwicklung in der DDR, vor allem nach 1989, nicht nur evangelische Christen, sondern auch evangelische kirchliche Amtsträger gab. Die in der DDR in einem Raum aufgewachsen waren, in dem sie die Chance hatten, Demokratie zu lernen, was man im Staat wirklich nicht lernen konnte, aber in der evangelischen Kirche, und diese Erfahrung eingebracht haben in das zusammenwachsende Deutschland nach der Vereinigung. Dadurch erklärte sich, warum der Anteil evangelischer Pfarrer an den Christen, die politische Verantwortung übernommen haben, höher war. Und dass wir das Glück hatten, einen Menschen zu haben, der ein Jahrzehnt lang ein nicht-kirchliches Amt in einer sehr eindrucksvollen Weise wahrgenommen hatte, nämlich Joachim Gauck, und der dann in der Öffentlichkeit weitergewirkt hat, nicht in sein kirchliches Amt zurückgekehrt ist, und 20 Jahre, nachdem er dieses kirchliche Amt verlassen hatte, dann zum Bundespräsidenten gewählt worden ist, das betrachten wir doch alle als einen Glücksfall der Demokratie in Deutschland und nicht als irgendeine Art von kirchlicher Machtergreifung im Staat. Davon kann ehrlich gesagt keine Rede sein. Sie haben mich selber angesprochen, und ich habe in der Tat, als ich kurz nach dem Ausscheiden aus dem Bischofsamt das erste Mal gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, habe ich gesagt, es ist ausgeschlossen, dass ich in eine Parteienkonfrontation hineingehe und meine feste Zusage, dass ich als Bischof und Ratsvorsitzender der Anwalt und Sprecher aller evangelischen Christen bin und nicht mich parteipolitisch verorten lasse, dass ich das hinter mir lasse. Insofern gibt es eine persönliche Verantwortung, sich zu überlegen, ob der Übergang in ein solches Amt tatsächlich auch vereinbar ist mit der kirchlichen Rolle, die man vorher gehabt hat. Das gehört zusammen, aber ich glaube, das löst sich ganz gut auf. Es gibt Gott sei Dank einen Einfluss der Kirchen auf die Gesellschaft, vor allem auf die persönliche Haltung von einzelnen Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und dann soll man sich freuen, wenn sie es auch tatsächlich tun. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Kirche als Institution sich zu vielen auch politischen Fragen äußert und nicht nur zu großen politischen Fragen, sondern häufig auch zu Fragen der Tagespolitik. Ist da nicht auch eine Gefahr drin, dass man damit eben die eigene Mitgliedschaft, die Kirchenmitgliedschaft dann spaltet? Also ich freue mich darüber, dass es da zu diesem Thema immer wieder eine öffentliche Diskussion gibt, die immer zwei Seiten hat. Die Kirche wird aufgefordert, sich also einzumischen in grundlegende politische Fragen und immer dann, wenn ihre Einmischung jemandem unbequem ist, sagt der Betreffende, die Kirche möge sich doch bitte zurückhalten. Meine Position heißt, es ist wichtig, dass immer erkennbar ist, dass die Kirche sich zu Grundfragen des Zusammenlebens äußert und nicht sozusagen Tagespolitik machen will. Diese Unterscheidung ist wichtig. Richard von Weizsäcker hat das einmal auf die Formel gebracht. Die Aufgabe der Kirche ist es nicht, Politik zu machen. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, Politik möglich zu machen. Und die besten, wichtigsten Interventionen der Kirche haben auch immer diesen Charakter getragen. Ja, muss ich auch sagen, also ein aktives Kirchenmitglied und ein Gläubiger, der hat eigentlich in seinem Wertegerüst so viele Orientierungspunkte, dass ja eigentlich zu tagespolitischen Fragen gar keine Unterstützung, keine Hilfe, vielleicht auch Bevormundung durch eine Institution, wie die Kirche braucht. Ja, wir Menschen lernen ja von außen nach innen. Wir haben nicht zunächst mal einfach abstrakt unser Wertegerüst und wenden es dann auf bestimmte Fragen an, sondern angesichts konkreter Herausforderungen machen wir uns klar, welcher Wert ist jetzt für uns eigentlich tragend. Nehmen Sie die Flüchtlingsfrage, wo wir jetzt hier doch wirklich eine heiße Debatte hatten. Ist jetzt eigentlich der tragende Gesichtspunkt, dass wir verpflichtet sind, Menschen in Not zu helfen, aus welchem Teil der Erde sie wirklich kommen? Oder ist der tragende Gesichtspunkt, dass wir die Gesellschaft, in der wir leben, intakt halten, dass wir den Zusammenhalt dieser Gesellschaft nicht aufs Spiel setzen und uns deswegen davor absichern, dass zu viele Menschen gleichzeitig zu uns kommen? Für beides werden Argumente vorgebracht und in welchem Verhältnis die dabei leitenden Werte eigentlich stehen. Das macht man sich nur angesichts konkreter Herausforderungen wirklich klar. Insofern kann man über Werte nicht im luftleeren Raum reden. Nun werden auch christliche Werte in Anspruch genommen von Bewegungen, die wir gerade in Ostdeutschland aber nicht nur da finden. Stichwort Pegida, da wird das christliche Abendland beschworen. Das ist ja auch ein Rückgriff auf Wertehaltung. Ist das etwas, was Sie glücklich macht, dass das christliche Abendland als Begriff auf einmal wieder in der aktuellen Politik eine Rolle spielt? Also wenn dieses Stichwort gedankenlos verwendet wird, dann ist es mir ein Graus. Und gedankenlos wird es schon dann verwendet, wenn damit der Eindruck erweckt wird, es gäbe einen ausschließlichen Anspruch des Abendlands, also des Westens, auf das Christentum, ohne dass man sich klar macht, dass das Christentum aus einer solchen abendländischen Perspektive im Morgenland entstanden ist und gar nicht im Abendland. Ja, und übrigens das Wort Abendland gibt es nur deswegen, weil Martin Luther zunächst einmal den Orient, aus dem die Weisen kamen, die das Christuskind finden wollten, weil er diesen Orient Morgenland genannt hat und dann wurde ein paar Jahre später das Abendland gebildet. Also das Abendland gibt es nur als einen Teil einer Christenheit, die größer ist. Das ist das Erste. Und zweitens, zu den grundlegenden abendländischen Werten muss jedenfalls heute die Überzeugung von der gleichen Würde jedes Menschen gehören. Es ist ein Begriff, der entstanden ist in Abgrenzung, in Abgrenzung zum Islam, dem ein Großteil eben der hier nach Europa, auch nach Deutschland kommenden Menschen angehören. Also es ist eine Verwendungsform des Ausdrucks christliches Abendland. Aber dies ist eine Verwendungsform, die christlich vollkommen inakzeptabel ist. Jede Form, in der man unter Berufung auf das Christentum die Menschen unterscheidet in Menschen erster und zweiter Klasse, ist absolut unchristlich. Und das muss man ganz klar machen. Man mag Haltungen, Überzeugungen, Lebensformen anderer kritisieren. Man darf es nicht in einer Form tun, in der man ihre Würde antastet. Und diese Unterscheidung wird, Gott sei es geklagt, in Pegida-Zusammenhängen nicht beachtet. Ja, wenn ein afrikanischer Botschafter, aber dass er Botschafter ist, ist dabei ganz egal, ja wie soll man jetzt sagen, so angesehen wird, als sei er kein Mensch, sondern ein Affe und er wird mit dem Affengang und vermeintlichen Affentöden dazu veranlasst, doch weg zu, abzuhauen, dann hat das, ist das das direkte Gegenteil von allem dem, was man vielleicht mit dem problematischen Ausdruck christlich ist. Das heißt, es ist ein radikaler politischer Kampfbegriff, oder so wird der. Ja, es ist ein Abgrenzungsbegriff, der mit Christentum nichts zu tun hat. Aber kommen wir trotzdem nochmal auf den Islam zurück. Diese Gesellschaft erlebt gerade eine Veränderung. Wir haben einen wachsenden Bevölkerungsanteil, der sich aus Muslimen und Musliminnen zusammensetzt. Was bedeutet das dann für eine christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft, die aber ein entspannteres, ich sage es mal bewusst so, ein entspannteres Verhältnis zum eigenen Glauben hat? Also was verändert sich dann in der Statik einer Gesellschaft? Ist das etwas, was die Kirche auch wahrnimmt? Klar, das beschäftigt uns in der Kirche elementar, übrigens seit vielen Jahren. Ich war selber verantwortlich für eine Grundsatzäußerung unserer Kirche zu diesem Thema. Das war im Jahre 2006. Und da habe ich die traurige Erfahrung gemacht, dass die muslimischen Gesprächspartner nicht bereit waren, sich einem offenen Gespräch über die Fragen tatsächlich zu stellen, die wir da aufgeworfen haben, weil sie damals nicht an einem solchen Gespräch, sondern nur an Statusfragen interessiert waren. Hat sich das in den letzten zehn Jahren geändert? Das hat sich in meinen Augen noch nicht so weit geändert, wie man sich das wünschen sollte. Aber ich will jetzt nicht Forderungen an den Islam stellen, sondern die Frage aufnehmen, die Sie gestellt haben, nämlich, was bedeutet das für christliche Kirchen? Was bedeutet das für die Mehrheitsgesellschaft? Und in meinen Augen sind zwei Folgerungen vollkommen klar. Jeder, der eine neue Herausforderung an den toleranten Umgang mit unterschiedlichen Gruppen angesichts von Pluralität gewachsen sein will, der muss sich fragen, was ihm selber eigentlich wichtig ist. Denn das ernst nehmen, was anderen wichtig ist, gelingt am ehesten dann, wenn man weiß, was einem selber wichtig ist. Das, was Sie vorhin so freundlich das entspannte Verhältnis zur eigenen religiösen und kulturellen Identität genannt haben, das mag ja entspannt bleiben, aber es muss wenigstens klar sein, es muss bewusst sein. Es kann nicht in der einfachen Indifferenz bleiben. Das ist die eine Herausforderung, ja, also zu behaupten, wir lebten doch in einer christlich geprägten Gesellschaft, aber keine Ahnung davon zu haben, was das bedeutet. Ja, das christliche Abendland verteidigen wollen, aber als Beleg dafür, an einer Stange ein Schwein durch die Gegend zu tragen und damit zu signalisieren, zu den großen Werten, die wir verteidigen, gehört das Recht, Schweinefleisch zu essen. Das bleibt weit hinter den Anforderungen zurück, die man in einer solchen Situation ernst nehmen muss. Und das andere genauso Wichtige ist, das hat dann nicht mit Religion unmittelbar zu tun, sondern das hat zu tun mit dem Recht. Wir wollen und müssen klar machen, dass wir andere Religionen und ihre Gemeinschaften dann willkommen heißen, wenn sie unter dem Dach der Freiheit und des Rechtsstaats sich einrichten wollen. Aber wir können nicht zweierlei Recht, wir können keine Abstriche an den Anforderungen des Rechtsstaats machen. Einer der umstrittensten Sätze der letzten Jahre war einer, den der frühere Bundespräsident Christian Wulff geprägt hat. Er hat mal gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Nun kann man das ja unterschiedlich interpretieren. Das merkt man auch in der sich daraus ergebenden Debatte, die ja bis heute anhält. Wie muss man diesen Satz verstehen? Oder ist er grundsätzlich falsch? Nein, er hat zwei richtige Elemente, aber es ist ja manchmal so, dass kurze Sätze das Problem in sich tragen, dass sie dann doch interpretiert werden müssen. In seiner Kürze ist er außerordentlich missverständlich, denn er beschreibt keinen Zustand. Der Islam gehört zu Deutschland, sondern er beschreibt eine Aufgabe. Wir wünschen uns, dass der Islam von Menschen in einer Weise in diesem Land vertreten wird, dass er zu Deutschland gehören kann. Das führt auf den zweiten Satz, nämlich es geht zunächst mal nicht um ein Gedankengebäude, eine Religion als solche, sondern es geht um Menschen. Und da müssen wir und können und dürfen wir sagen, Muslime gehören zu Deutschland und unter ihnen viele, viele, eine überwältigende Mehrheit, die dazu auch ausdrücklich Ja sagt. Nun hat man den Eindruck, dass, Sie drücken das ja zwischen den Zeilen auch aus, dass der Islam als ernst genommene, streng befolgte Religion in dieser Gesellschaft problematisch sein könnte. Ist das so oder ist das falsch wahrgenommen? Also ich sehe zwei Hauptprobleme. Das eine Hauptproblem besteht natürlich darin, dass zuwandernde Muslime aus ihren Herkunftsregionen Auffassungen des Islam und auch kulturelle Einbettungen des Islam mit sich bringen, die unserer Lebensform und unseren Rechtsformen fremd sind. Also nehmen wir das Verhältnis von Männern und Frauen als ein besonders anschauliches Beispiel. Zwangsehen, wie auch immer sie zustande kommen und genannt werden, Zwangsehen sind mit unserer Auffassung vom Verhältnis von Männern und Frauen und der Freiheit, in die Lebensgemeinschaften eingegangen werden, nicht vereinbar. Das ist das eine Problem, dass wir solche Elemente haben. Wir haben auch in Gruppen Elemente dazu, dass Menschen mitkommen, die bereit sind, Gewalt anzuwenden, auch zur Durchsetzung ihrer eigenen Ziele und sogar in terroristischer Form. Da brauchen wir den Rechtsstaat und Wachsamkeit, aber natürlich nicht eine generelle Verurteilung des Islam als solchen. Distanzieren sich denn die islamischen Verbände genügend von Gewaltexzessen, die im Namen des Islam passieren? Ja, sie distanzieren sich davon, aber vorwiegend in der Form, dass sie die Tatsache, dass sie im Namen des Islam vollzogen werden, so umkehren, dass sie sagen, das hat aber mit dem Islam nichts zu tun. Und sie würden sagen, es hat doch mit dem Islam zu tun? Es hat mit dem Islam zu tun, es hilft nur nichts. Man kann die Terrororganisation Islamischer Staat nicht so ansehen, dass man sagt, sie hat mit dem Islam nichts zu tun, sondern sie will ein islamisches Kalifat errichten, in dem nur die von ihnen vertretene Form des Islam als alleinige die Herrschaft hat, sodass es auch Formen des Islam gibt, die von ihnen abgelehnt werden. Aber vor allem hat das ja schreckliche Folgen auch für die Angehörigen anderer Religionen. Und das hat mit dem Islam zu tun. Da muss man sich damit auseinandersetzen. Müsste da nicht aus dem Islam selbst heraus so etwas passieren wie eine Reformation? Ja, es gibt ja Reformbewegungen im Islam und keinem kann man es zum Vorwurf machen, wenn er in der Reformation nicht erfolgreich war. Wir haben vorhin darüber gesprochen, in welchem Sinn auch Martin Luther in der Reformation nicht erfolgreich gewesen ist. Aber ich freue mich natürlich über jede Bemühung innerhalb des Islam, da voranzukommen und andere Formen der Interpretation des Islam weiterzuentwickeln. Wobei alle, die das versuchen, auf die große Barriere stoßen, dass im rechtgläubigen Islam der Koran als nicht interpretationsfähig gilt, weil der Koran so, wie er geschrieben ist, als die göttliche Offenbarung und nicht etwa als ein Zeugnis der göttlichen Offenbarung. Das heißt, es bliebe für eine Gesellschaft ein dauerhaftes Problem, wenn es da nicht zu einer Bewegung kommt? Jedenfalls bliebe es ein langfristiges Problem. Nun sind manche Lernprozesse auch im Christentum nicht ganz schnell gegangen, sondern haben lange Zeit gebraucht. Das kann uns vor Selbstgerechtigkeit bewahren. Aber an manchen Stellen soll man schnelle Lernprozesse fordern. Und das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen will. Denn der besteht darin, dass der Islam bisher von den Gestaltungsmöglichkeiten unseres Religionsverfassungsrechts keinen Gebrauch macht. Er ist nicht bereit, sich als Religionsgemeinschaft zu organisieren und dadurch die Formen der Teilnahme am öffentlichen Leben und am öffentlichen Raum auch tatsächlich zu nutzen, die es in unserem Land gibt. Denn dazu würde gehören, dass klar ist, was seine grundlegenden Prinzipien sind, dass er klare Ansprechpartner in klaren Verfahren wählt, die für den Islam sprechen und dass es klare Regeln dafür gibt, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Also klare Regeln über Eintritt und Austritt. Das sind die ganz einfachen und elementaren Bedingungen. Und da wird mir wieder und wieder gesagt, ja, das mag ja richtig sein, aber dafür brauchen wir lange Zeit. Und ich finde, von den rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen, die ein freiheitliches, religionsfreundliches, die Religionsfreiheit wichtignehmendes Land ihnen anbietet, von diesen Möglichkeiten dauerhaft keinen Gebrauch zu machen, das finde ich keine tragfähige Position. Das ist ja eine der großen Errungenschaften der Aufklärung, die Toleranz, also dass man tolerant miteinander umgeht. Wir erleben aber, dass auch gegenüber Christen weltweit eigentlich eine stärker werdende Intoleranz zu beobachten ist. Also das Wort macht ja die Runde von einer neuen Christenverfolgung. Ist das etwas, was Sie im Blick haben und was Sie auch beschäftigt? Also in der evangelischen Kirche in Deutschland beschäftigt uns das seit Jahren sehr stark. Wir haben uns dazu auch geäußert und zwar nicht nur mit pauschalen Erklärungen, sondern auch darin, dass wir die Christenverfolgung in unterschiedlichen Ländern beschrieben haben, dass wir in der Partnerschaft mit christlichen Kirchen auf der Seite derer stehen, die da leiden, dass wir einen Sonntag im Kirchenjahr zum Gebetstag für die verfolgten Christen in aller Welt gemacht haben. Das ist also ein zentrales Anliegen. Und die Tatsache, dass wir als Christen auch Verfolgte mit einem anderen Glaubenshintergrund genauso wichtig nehmen und deren Situation genauso ernst nehmen, kann uns natürlich nicht davon abbringen, diese bedrängte Situation von Christen und christlichen Kirchen in vielen Ländern, darunter auch in islamisch geprägten Ländern, zum Thema zu machen und eindeutig zu sagen, das ist mit unseren Grundvorstellungen von Menschenwürde, Menschenrechten und Religionsfreiheit unvereinbar. Und da kann niemand mehr sich darauf berufen, dass er sagt, naja, das gilt für uns nicht. Herr Professor Huber, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch herzlich. Ich bedanke mich.